so es ist wieder so weit es gibt wieder ein video zum thema das die meisten beschäftigt rücken es ist kurz es ist senioren geeignet für die mit gleichgewichts problemen macht es im gang das rechte bein in eurem fall das rechte bein beginnt auf ein bein stellen gleichgewicht halten bauch rein brust raus oberkörper auf also aufrichten ja brust hinaus bauch hinein kopf über dem schultergürtel das rechte bein wird gehoben gesenkt zwei senken drei senken vier senken fünf senken sechs senken sieben senken acht senken neun senken oben halten ihr könnt auch den arm der gegenüberliegend ist dazu strecken und einfach mal auseinander ziehen zwischen dem arm und dem bein noch zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei locker lassen andere seite zeige ich euch wenn man mehr platz hat und zehn neun neun acht zehn sechs sechs fünf vier drei zwei eins halten gegen uns Den überliegenden Arm strecken, auseinanderziehen, halten, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, locker lassen. Die nächste Übung zeige ich euch von hinten. Aufrichten. Ein Bein nach hinten oben strecken. Wenn man den Oberkörper nicht nach vorne gibt, geht das nicht besonders leicht. Das heißt Oberkörper bleibt oben, Bauch einziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Halten, ebenfalls die Arme in die Diagonale geben, langziehen und halten, noch 10, Bauch anspannen, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Locker lassen, anderes Bein. Aufrichten. Aufrichten. Zehn, 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 neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, halten. Wer sich traut und wer kann, geht in die Standwaage. Wenn es geht, bei der Standwaage nicht unbedingt auf eine Matte oder auf einen Teppich steigen, da ist es noch wackeliger, das machen nur Fortgeschrittene. Oberkörper kommt in die Horizontale, die Brust bleibt schön draußen, der Blick geht ja mit, also kommt er zu Boden. Die Hände können entweder neben dem Bein sein, wie Flügel auf der Seite oder sehr schwierig, weil der Hebel länger wird, über dem Kopf. Ich nehme jetzt mal die leichteste Variante, ich gebe sie neben das Bein, der Oberkörper ist annähernd in der Horizontale, das Becken ist nicht aufgedreht, sondern in einer Linie. Beide Beckenkämme sind auf einer Höhe, Brust raus, Bauch rein, zehn Sekunden halten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Aufrichten, locker lassen und auch die andere Seite, langsam nach unten. Noch zehn, noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, wer den Rücken trainiert, trainiert also die kleinen Muskeln übers Gleichgewicht. Dann trainieren wir den Bauch, die Seite und den Rücken. Da wir ein kurzes Training machen, machen wir je eine Übung mit einem Satz. Mit der Zeit könntet ihr auch zwei Sätze machen oder drei Sätze. Und zwar, wir nehmen Standardübungen, die machen nämlich die wenigsten falsch, weil sie sie kennen. Also, die Hände stehen unter der Schulter, die Knie stehen unter dem Becken, die Arme dürfen leicht gebeut sein. Die Brustwirbelsäule ist eher rund, Bauch einziehen. Ein Bein darf ein bisschen mehr nach innen gestellt werden, das andere Bein wird gestreckt. Der gegenüberliegende Arm wird gestreckt. Auf, Rücken, Höhe hinauf, Bauch anspannen auch. Beugen, es treffen sich der Ellbogen und das Knie. Strecken, wir sind wieder in der Horizontal. Und zwei und strecken. Und drei und strecken. Und vier und strecken. Fünf und strecken. Sechs und strecken. Sieben, sieben, strecken, acht, strecken, neun, strecken, zehn, halten. Zehn Sekunden, neun Sekunden, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, entspannen. Merkt euch die Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Wieder in Position gehen. Arm, gegenüberliegendes Bein. Auf, Rücken, Höhe. Und eins und strecken. Zwei und strecken. Drei und strecken. Vier und strecken. Fünf und strecken. Sechs und strecken. Sieben, sieben, strecken, acht, strecken, neun, strecken, zehn, halten. Zehn Sekunden, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und Pause. Entspannen. Wie gesagt, jetzt kann man noch einen zweiten und einen dritten Satz machen, wenn man möchte. Dafür drückt man jetzt einfach auf Pause und schaltet dann wieder ein. Und jetzt kommt eine Übung für die Seite. Ich zeige sie seitlich, damit ihr seht, wie sich die Beine heben. Das heißt, ihr legt euch seitlich hin. Von oben gesehen liegt der ganze Körper in einer Linie. Kopf, Schulter, Becken, Knie, Fuß. Die obere Hand stützt vor der Brust. Beide Beine werden gemeinsam gehoben. Ein bisschen abgesenkt. Wenn es geht, nicht ganz ablegen. Das Ganze zehnmal. Zehn, senken. Neun, oben halten, senken. Acht, senken. Sieben, senken. Sechs, senken. Fünf, senken. Vier, senken. Drei, senken. Drei, senken. Drei, senken. Oben halten. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und absenken. Und absenken. Wir drehen uns zur anderen Seite. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich zeige es euch jetzt mal. Bisschen schräger. Hand stützt. und zehn, neun, acht, acht, sieben, und sechs, und fünf, und vier. und drei, und zwei, und halten. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, absenken. Auf den Rücken, ihr wisst, was kommt, der Bauch kommt dran, ja? Wir arbeiten mit einer Spannung vom innersten Bauchmuskel, der geht wie ein Korsett rundherum, der ist ganz drinnen, also wirklich wie ein Rohr, ja? Und den kann man anspannen, entweder indem ihr euch vorstellt, ihr würdet eine enge Hose anziehen, den Reißverschluss müsst ihr hinaufzippen, und ihr müsst den Bauch richtig einziehen, weil sonst klemmt ihr euch die Haut vom Bauch ein. Oder ihr stellt euch vor, ihr würdet den Bauchnabel nach innen ziehen, Richtung Wirbelsäule. Das ist die Grundvoraussetzung, ja, für diese Übung. Die Übung selber geht so, hinlegen, den Kopf könnt ihr ablegen, ihr könnt ihn auch auf einen Polster legen, oder auch die Hände. Wie die Hände liegen, ist egal, sie können beide hinter dem Kopf liegen, sie können auf der Seite liegen. Also, der Rücken wird jetzt, indem der Bauch eingezogen wird, gegen die Unterlage gedrückt. Dieses Hohlkreuz, das vielleicht noch ein bisschen besteht, aufgrund der natürlichen Lohdose, wird abgeflacht und gegen die Unterlage gedrückt. Und dann wird das Bäckchen noch ein bisschen hochgehoben. Das verbinden wir mit der Atmung. Ausatmen, Bauch einziehen, Becken heben, 1, einatmen, 2, einatmen, ausatmen, Bauchnabel einziehen, Becken heben, 3, einatmen, ausatmen, Bauch einziehen, Becken heben, sanft, 4, nicht hüpfen, keinen Schwung, einatmen. 1, in den Bauch ausatmen, Becken heben, 6, 7, 8, 9, wir halten oben, noch 10, atmen, ist weiterhin wichtig. 9, 8, fest den Bauchnadel Richtung Becken, Richtung Boden drücken, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und entspannen. Jetzt ist es wichtig, wenn man, also beim Rücken ist es immer wichtig, ihn zu stabilisieren. Deswegen trainieren wir die kleinen Muskeln im Stehen und deswegen trainieren wir vorne, seitlich und hinten sozusagen das Mida, der Core. Was noch wichtig ist, ist, dass die angrenzenden Gelenke schön beweglich sind, weil wenn sie das nicht sind, dann muss wieder die Lendenwirbelsäule mehr bewegen und wird schnell überstrapaziert, was sie, je fortgeschrittener das Alter ist, wofür sie sowieso prädestiniert ist. Das heißt, Brustwirbelsäule muss beweglich sein und Becken muss beweglicher sein, also die Hüften. Wenn ihr das schafft, ja, dass die Beine so auseinander gehen, ist eure Hüfte beweglich, ja. Wenn ihr in den Spiegel schaut und ihr seht bei der Brustwirbelsäule so einen Rundrücken, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn ihr den nicht ganz einfach aufrichten könnt, ja, dass die Brustwirbelsäule nicht ganz so beweglich ist. Für beides zeige ich euch eine Übung. In den Kniestand, wir arbeiten jetzt über das Brustbein, das Brustbein ist hier, ja, und zwar, wir arbeiten nicht über die Lendenwirbelsäule und das nicht alles in die Lendenwirbelsäule läuft, weil das tun Leute, die in der Brust steif sind, gerne, lassen das dann in die Lendenwirbelsäule weiterlaufen, stellen wir jetzt ein Bein gegen die Wand. Und dann kommt Brustbein raus, ich zeige es mal, eine Hand durchweg, Brustbein raus, Brustbein raus, Brustbein raus, Brustbein raus. Und jetzt versucht ihr euch in verschiedene Abteilungen des Brustbeins zu richten, also ihr hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, am oberen Ende raus, hier raus, hier raus, hier raus, ja, weitermachen. Also raus, 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 noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Das Brustbein bleibt draußen, die Arme gehen an der Wand entlang, der Daumen schaut nach hinten, ganz nach oben, Bauch einziehen, Brustbein bleibt draußen. Rechter Arm zurück, linker Arm zurück, beide Arme zurück, nicht nach Vorlehnen, jetzt Schultern sind über dem Becken. Bauch einziehen, Bauch einziehen, Brust raus, halten, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal von vorn, mobilisieren der Brust, Brust raus, Brust raus, Brust raus. Auf verschiedenen Brustübelsäulen, Abschnitten des Lernens mit der Zeit, das ist, natürlich kann man die Bewegung nicht komplett stoppen im Rest des Körpers, aber man probiert halt, dass vorwiegend die Brust bewegt. Noch 4, 3, 2, das Brustbein bleibt draußen, Arme gehen ganz nach oben, Daumen nach hinten, aufrichten, Schultergutel über dem Becken. Und jetzt gehen die Arme runter, der Daumen schaut weiterhin nach hinten und sie gehen noch ein Stückchen zurück. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und locker lassen. Und das zweite, wie gesagt, ist die Hüfte. Drei Möglichkeiten ist zu dehnen, entweder in diesem Sitz, in diesem Sitz oder im Liegen in der Rückenlage. Hände auf die Oberschenkel, ihr dürft ein bisschen Druck nach unten geben natürlich. Wichtig ist, schaut euch mal an, wie da der Abstand zwischen dem Knie und dem Boden ist. Wenn jetzt ein Bein weiter oben ist, müsst ihr an dem besonders arbeiten, ja. Dann kann man das auch mal allein rausnehmen und nur das eine Bein machen und versuchen, es mehr in die Außenrotation zu bringen. Also ihr legt euch hin, macht es euch gemütlich und lasst die Schwerkraft wirken. Hier könnt ihr auch mal 2-5 Minuten liegen, ja. Wir machen das jetzt miteinander, im Liegen sitzen, wie auch immer, wie ihr möchtet. Ich drücke ein bisschen nach, ja. Ich gebe ein bisschen Gewicht drauf. Und ihr bleibt sitzen in dieser Position. Bei manchen, die das wirklich brauchen, schaut das nicht so aus, wie bei mir, sondern da schaut das irgendwie so aus, ja. Das ist ganz schwierig, ja. Die brauchen das, ja. Das, bei denen ist das wichtig. Bei denen, die sowieso da herunter sind, ja. Dehnung, Fragezeichen. Nutzen, Fragezeichen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch dynamisch stehenden, sanft runterdrücken, wie ein Schmetterling, der die Flügel bewegt. Ganz sanft. Das geht auch mit den Händen hinten. Ich gehe sozusagen mit dem Po über die Ferse und bringe dadurch die Beine in eine stärkere Außenrotation und Abspreizbewegung. Auch in der Bauchlage, wie gesagt, möglich. Und noch zehn Sekunden, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Langsam aus den Positionen rausgehen, die Beine ein bisschen entspannen. Jetzt schauen wir uns noch an, wie eure Hüftstreckung ist. Zur Wand stellen. Ein Bein geht nach hinten, das Becken nach vorne. Wer jetzt einen Zug spürt in dieser Position, der muss die Hüfte auch in der Streckung ein bisschen dehnen. Das heißt, wie ihr das macht, ist egal. Ich zeige es euch mal von vorn. Also, ein Bein ist hinten, die Leiste wird nach vor gedrückt, absichtlich. Dann ist das Bein in einer, das ist ja Streckung, null, null Grad. Und das ist dann sozusagen eine Überstreckung. Wenn ihr nicht den Oberkörper nach vor gebt und das ausgleicht, den gerade lasst, wird der Hüftbeuger gedehnt. Bei wem es zieht, der sollte ihn dehnen. Also, vor und halten. Noch zehn, neun, acht, sieben. Beim Dehnen kann man eigentlich nicht zu viel Zeit verbringen, wenn etwas verkürzt ist. Daher, wenn ihr da wirklich eine Verkürzung habt, dann dehnt ihr es nicht zehn Sekunden oder so. Das ist Augenauswischerei. Sondern dann dehnt ihr es zwischen zwei und fünf Minuten. Da müsst ihr halt ein bisschen Muse haben. Macht ihr es vielleicht beim Fernsehen oder beim Radio hören. Oder ich kann dir leider nicht helfen, weil ich muss jetzt dehnen gehen. Gut, also mit diesem, in diesem Sinn verabschiede ich mich.